Guten Tag, kann ich bürflich sein? Ja, wir sind auf der Suche nach einem Cap und wollten uns mal beraten lassen. Verrat mir meine Lieblingsfarbe. Grün. Dann schau mal hier. Das habe ich sicherlich auch in deiner Größe. Und in Verbindung mit dem T-Shirt sieht es auch ganz gut aus. Ich habe das auch noch in Grau. Oder das hier zum Beispiel. Das haben wir in fast allen Farben. In olivgrün, in hellen Lila, in dunklen Lila. Oder hier in Weinrot. Oder in einem Lila-Türkis. In Barry. Schwarz-Weiß. Oder sowas. Ne, das ist was ganz anderes. Oder hier in Blau. Und, war da schon was dabei? Pass auf, verrat mir mal deinen Namen. Boris. Na siehst du, da habe ich das Richtige für dich. Wie wäre das? Oh ja, das ist ganz cool. Ja, dann soll es das wohl sein. Traumhaft. Ciao. Kannst wieder Pause machen. Outro. Bis zum nächsten Mal.